Also bei Nabil Bentaleb ist die Situation so, dass mit Tottenham alles geregelt ist, dass momentan die Schriftstücke unterwegs sind hin und her. Ich gehe mal davon aus, dass das in den nächsten zehn Minuten, Viertelstunde geregelt ist. Von unserer Seite aus ist alles unterschrieben und von Tottenham ist alles geregelt. Wir warten jetzt quasi nur auf die Rücksendung der Formulare und Nabil wird nachher am Training auch teilnehmen. Bei Benjamin Stambouli ist die Situation so, dass mit Paris auch alles geklärt ist. Er derzeit beim Medizincheck ist, sollte das alles gut über die Bühne gehen und die notwendigen Papiere dann auch ausgetauscht sein, spricht eigentlich am Training später auch nichts entgegen. Beide haben Qualität. Der eine bei Paris-Sage-Mauer hat es gezeigt, Bentaleb bei Tottenham, was noch so ein kleines Nebenbei ist, dass beide schon zusammen auch bei Tottenham vor zwei Jahren gespielt haben. Also sie kennen sich. In dem Bereich Offensive ist genau das Gleiche. Also der Begriff Suchen ist einfach der falsche Begriff, sondern wir haben längst gefunden und sind jetzt dabei, die Dinge so umzusetzen, dass demnächst noch ein weiterer Spieler zu uns stößt. Also der Begriff Suchen ist einfach der Begriff. wird von der Begriff auch ein wenig Zeitpunkt verано. Lauter Begriff. 我的 Begriff pode-? Und Leerin noch einmal befreue in wilder Feuer. Vorher würde ich jetzt für dich nie parce, warum ich nicht mehr so ein kleinesusaalte. Und da darf das Gleiche weiter weg. Ja, ich bin die neue Zeitpunkt. Vielen Dank.